Und damit herzlich willkommen zurück zu Elden Ring, der Stream Auseinanderschneidung würde ich mal so benennen. Viel Spaß mit der Folge. Diese Abtoption, ich merke das so hart, wenn die plötzlich ich dann fast den vollsten Schaden kriegen kann. Du hast halt auch nicht wirklich gute Rüstungen von uns, das ist ja wahrscheinlich. Doch. Wie viel hat die denn? Für Cycle 10 der Helm als Beispiel. Das ist schon relativ. Ich habe 12, 24, 11, 16 physisch zum Beispiel. Was? Ich rede nur vom Helm, ne? Ja, 12,6 habe ich bei Physik. Ja, ich habe 10,2, also so viel weiter toter bin ich nicht, Kevin. Was hast du gegen Strike, Slash, Pierce und so? 9,8, 10,4, 10,2. Und dann 10,4, 10,2, 9,4, 10,2. Und die Resistance? 12, 20, 9, 10,5. 26, 35, 16, 18, 12. Ich meine, meine ist nicht so schlecht, Kevin, es gibt schlechtere. Die von Renala zum Beispiel, die wäre... Oh, die Immunität ist höher, äh... Ja, die wären mehr Magieres, sind aber gegen Physikheit immer weniger. Diese Magiefeuerleitenden und Holywelfe so viel höher. Ah. Ah ja. Und im Harlick-Tree finden wir ja dein Zeug. Genau. Das Rot-Zeug. Wo mich endgültig enttäuscht sein kann von der Klasse. Ja, ich weiß noch, als ich hier dann den Sturm gemacht habe und du dann runtergefallen bist. Ja. Alles weiß. Äh, genau, Fenrir, deswegen habe ich ja gesagt, das war halt dem Leute im Unklaren lassen, ob Fenrir er oder sie ist. Das bleibt auch weiter und so, ne. So die Leute selber, die erstmal sich das selber zusammenreiben. Wetter ich, Frau Greeter, kein. So, die Frage, wo könnten hier... ...wenn der Sturmrufer-Sachen sein. Was ist das hier für Fortschritte? Okay, woanders kommt man doch gar nicht... Nicht, stimmt, hier war ja... Da unten war nichts von der Sturmrufer-Ding, ne. Ja. Sturmrufer hatten wir auch nie gefunden, ne. Ja. Äh, denk mal, Marlene hat die Rot-Radiant-Ru... Ne, hat sie nicht. Das ist mindestens Quest-Reihe. Ja, die liegt rum in der Kiste. Ja. Irgendwo bei Emelie sind oder so. Ne, die liegt einfach so rum. Achso. Äh, diese Wurm-Dinger meinte ich letzt... Ja, die Wurmköpfe oder so wieder... Ja, äh, 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 ja. Wurm... Wurm... Äh, Wurmköpfe, ja. Die sind... Die sind und bleiben widerlich, vor allem mit dir, ihrer Todespest. FAQ, wo haben wir das denn? Was? Ja, die haben extra was für Storm Radiant, tatsächlich. Und ist, Gott, warum auch immer. Da, Radiant Storm Color Room. Pau, muss aber. Wo? Das guck ich grad. Meine, wie bist du so zum Alligert? Es ist auf jeden Fall bei The Birds. Ah. Da, wo der Drache ist. Da geht der grad lang. Oh, dann hatte ich die, glaub ich, gefunden gehabt. Ne, hast du nicht. Der springt irgendwo links hinter, äh, links an dem Drachen runter. Ah, dann, okay, dann nicht. Okay. Alles klar, bei dem Scheißdrahen mit seinen kackies Birds. Irgendwo links runter. Dann auch dahin. Dann ignorieren wir, äh, größte Zeit, warum Assala sonst? Dann geht's in den Farlektrieb. Ja. Wir müssen so, äh, wir töten Marleykent, ne? So ist es nicht. Müssen wir ja. Müssen wir ja. Junge. Äh, wenn Leute einen Punkt hinter, ja, ich, ich kenn das auch, wenn Leute, äh, ja, so, ja, bei Punkt, Punkt oder Punkt, Punkt, Punkt. Und da, da find ich immer so, dass, äh, das für mich echt nicht klingt so, ja, nerv mich nicht. Ist mir doch scheißegal oder so, ne? Also, das, deswegen, ne? Das ist einer der Gründe auch, warum ich, äh, das Wort, ah, jach, gesperrt habe. Also, A, H, J, A. Das kannst du bei mir auch nicht schreiben. Das ist für mich eben so, dieses klingt, ja, ich glaub dir nicht, das ist mir scheißegal. Erzähl, was du willst. Genau, oder so, ne? Ich hasse, das ist einfach so, diese Aussprache dabei. Penrose, solange sie nicht ab und halt, jetzt gehen. So. Äh. Punkt, Punkt, Komma, nee, Punkt, Komma, Null, Null, fertig, ist mein Kontostand. Was denn? Was denn? Nicht Punkt, Punkt, Komma, Strich, sondern Punkt, Punkt, Komma, Null, äh, nee, Komma, Minus, Komma, Null, Null, oder war das Komma, Minus, Null, Null? Minus, Komma, Null, Null. Null, Null, Minus, Komma, fertig ist mein, ich, ich, oh Gott, irgendwie so. Kevin? Ja. Ab, ist wieder oben. Hier spoilern wir ja, Fenrir, auch nichts, weil es komplett noch ein paar Gegner ist. Den gibt's im Hauptspiel übrigens nicht, was ich irgendwie schade finde. Der wäre, der würde so cool passen. Den gibt's doch. Nein. Also nicht mit dem Namen, aber die Viecher Art gibt's. Ja klar, aber ich, ich, ich meine, als, 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 als Boss Variante gibt's den einfach Null. Nein. Deswegen ja. Na, Radeon, Runoff-Lightning. Ja. Beim D-Radeon, das ist nicht mal guuut. Und, äh, oh, so ein Kitzchen hat es letztens auch geshreeshotted, einfach nur, weil ein wenig OP für das Gebiet war. Ja, ja, manche Kitzchen. Äh, du meinst, äh, zu Radar, nee, äh, Godrex Turm, ne? Deswegen auch nochmal mehr Leben holen mittlerweile. Ich hab jetzt... 21 Video. Ja. Bernie, hast du die große Rune auch ausgerüstet? Hast du geguckt, was sie macht? Solltest du mal. Äh, weil du große Rune ausrüsten musst, damit sie halt eben auch aktivierend werden können. Ja, aber du musst sie erstmal an ihren Turm aktivieren. Ja, ja, klar. Aber das hat sie ja, glaub ich, auch gemacht. Jetzt. Dann gehst du ans Feuer, drückst große Rune und rüstest die aus. Genau, und da musst du mit ner Rune aktivierst du sie. Und du kannst ja dem vorher durchlesen, wie die funktionieren. Hm. Nicht so wie in Reforged, äh, Reborn. Reborn war nicht cool. Das ist ganz super. Pro getöteten Gegner gehen alles zum 1 hoch. Das war so heftig. Irgendwann warst du auf dem Markt und dann dachtest du dir so, da hättest du alles nehmen können. Aber wenn du teleportiert bist, hat man es auch verloren, ne? Ja, beim Teleportieren oder Sterben. Wenn du schreibst, ich brauch sie nicht, noch nicht. Äh, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich hab so häufig aktiv gehabt einfach. Nicht, nicht so. Die Stats einfach zu gut waren für mich. Meinst du, was die Rune macht? Ja. Ja. Ah, ich hasse die Vögel. Äh, die Vögel sind, yikes. Oh, ein Sturm bricht sie irgendwie, bricht, 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 bricht sie relativ gut. Innere, gecraftet hab ich auch nicht. Also vielleicht mal ein Bodi. Bei Bodi craften, an dem wirklich nützlich ist. Hm, Pfeile. Hab ich mir mal gecraftet. Au. Jetzt bin ich mal gleich gespannt. Na, na zu schade, außer Brodienpfeile hab ich auch nichts gecraftet. Hier hinter nicht. Wo denn bitte? Ja, da ist er zumindest runter gehübt. Ja gut. Das gab's halt eben auch nicht. Nee. Heute, ich hab nicht drauf geachtet. Äh, da. Der hat sich ja schon großartig umgeguckt. Aua, Hilfe, Kevin. Ja, also. Bin dabei. Ja, bist du nicht? Ey, mein erster Zauber ging daneben. Ich hab dich nicht mal gesehen. Ich war hier mal auf der Treppe, weil der mich wieder geschlagen hat. Ist nicht so viel Vogel. Angekrallt da. Die, 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 die. Ja. Ich bin da. Äh, da hinten. Oh, okay. Pornado, Stormcaller Supplementary, Tempest Form. Was ist denn jetzt hier? Oh, ich glaube, ich weiß wohin. In den Turm rein. Ja, das war schön. Hä? Geier. Wann schaffen die den Scheiß eigentlich mal ab mit der Sommerzeit? Es gab mal eine Umfrage, ob das abgeschafft werden kann. Äh, der Großteil war dafür. Wurde irgendwas in der Richtung gemacht? Die Winterzeit ist ja auch die Standardzeit, wenn wir. Das ist eigentlich die Standardzeit und dann die Sommerzeit. Nehmen wir dieses Schwachsinn. Ja, dann haben wir abends zwei Stunden mehr, Sonne. Nein, die Sonne wird doch nicht länger draußen oder so. Das ist absolut kein Argument. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Warum zwei Stunden? Ja, oder eine Stunde länger, Sonne. Das ist so... Ne, das ist absolut... Es bleibt nicht auf einmal länger draußen. Vielleicht nur, dass wenn die Uhren umgestellt werden, ich eine Stunde länger schlafen kann oder eine Stunde weniger. Wenn ich auf die Arbeit muss. Ja, an dem Tag, aber ja dann... Ah, hier kommen wir wieder raus. Ja. Raging Wolf Helm? Nur mit anderen Attributen und anderen Namen. Ja, und was für Attribute? Der gibt Stärke und Endurance statt Intelligenz, Fate und Stärke. Ah, der ist also dann für... Ähm... Nachkampfbild. Normal. Ich wünschte, man könnte es am Handy auch irgendwie sagen, dass es sich nicht automatisch umstellt oder so. Super. Und der PC... Und so. Kannst du auch machen? Und so automatische Zeiteinstellungen rausschalten. Ah. Ja, aber das große Problem ist dann... Oh, es konnte nicht... Äh... Eine App konnte nicht geupgradet werden, weil die Zeit nicht mehr übereinstimmt. Blablablabla... Die Scheiße dann. Das ist ja... Deswegen erst. Man kann es nicht rausschalten. Was aber nur so ist, was gar nicht. Das ist schon ein Beispiel. Wo ist das App dann? Ja, die Zeit konnte nicht synchronisiert werden. Äh... Der war so ein... Der war so... Ja, nervig. Wir müssen einfach anfangen, die Zeit zu ignorieren und sie gar nicht erst umzustellen. Und dann... Äh... Dann müssen wir mehr Menschen mitziehen und dann... Ja... Oh... Was? Wollen wir nochmal gucken. Achso... Äh... Du musst... Oh... Du musst... And brings the traction to all it touches. Haha... 8 Sekunden. Aber kannst du einen Tornado haben? Nein, einer kann sein. Ja... Ja... Äh... Immunität gegen alles. Lowest total stamina... Total... Total eff... Alter... Also der Stormcaller's... Ability ist nicht geil. Aber den Buff, den... Und der Tornado? Ach du... Alleweil... Was? Ich hab 810 HP. Und jetzt? Ich hab unter 500 HP. Was kriegt er für mehr? P, ne? Naja... Immunität und du machst mehr physischen Schaden. Ja, und Casting Speed, genau. Alter... Alter... Nein, kann ich nicht. Gott, Hilfe! Alter... Der bewegt sich echt schnell voran. Ah... Pferdchen... Der geht in die Luft. Ja, der geht zu einem anderen Wirbelstrom. Er will sich vereinen. Hm... Ja, guter Schaden. Ja, doch. Ah... Ja... Wir schreien Nord Pass. Alle mal... Siehst du ja, wie schnell ich Cast, ne? Ah... 1... 2... 3... 4... 5... 5... 6... 7... 8... 9... Ah... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Es ist schon auf jeden Fall langsamer. Machen wir nochmal wieder an? 1... 2... 3... 4... 5... Ja, es ist... Aber es ist halt eben so marginal, ne? 2... 70... Ja, das ist so... Ich verliere halt so viel HP und Stamina... Ich... Das hab ich mir halt dem auch immer gedacht... Du kenne... 10%... HP... 10% mehr Physical Damage. Und 70 Casting Speed. Also... Warum hab ich kleine Buff? Ah... Die mich nicht komplett hops nehmen. Ja... Wer ist kaum zu dir geflogen? War da was? Was der... Was der Spin? Muss ich nur das schnell auskriegen. Damit ich nicht sterbe. Ah... Okay. Ich habe meine AP nicht wiederbekommen durch den... End... Durchs Enttogglen. Ah... Obwohl ich aus dem Kampf war. Okay. That explains a lot jetzt, no? Au... 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 Ich muss trotzdem drauf sein, Kevin. So drauf sein. So auf dem, ja. Wäre besser wahrscheinlich als Stabsfähigkeit, ne? Nee, dann müsste ich ja, oh Gott, dann müsste ich noch mehr umschalten. Ah. Galeform kommt wieder weg. So, ich habe jetzt höchsten Zauber für Storm und Night. Ja. Sind recht, okay. Aber jetzt nicht außergewöhnlich. Ah. Mal schauen, was Rod als letztes kriegt. Ah, dauert aber noch ein bisschen. Ja, naja. Ja, so lange. Wir sind auch bald weiter an. Ja, ja. Das stimmt. Ich weiß nicht, was passiert. Irgendwas passiert. Lafond. Äh, umschalten. Ich muss erst, o Gott, das ist der Kopf. Aua, lass mich doch. Ich hab ihm nichts getan. Was versuchst du da? Achso, nur vor dem Fernangriff macht das weg. Das ist nicht dieses Contra-Blade, was ich damals genutzt hab. Ja, gut. Oktops wäre immer noch nicht. Bick. Ah. Tu mir auch mal meine Spells sortieren jetzt. Ah. Ich mach das so rum. Du brauchst nicht aus-toggeln. Muss kurz ganz überlegen, ob ich die Küche sauber gemacht hab um halb eins. Sehr gut. Gute Nacht, wenn du dir schlafen und träumen war schönes. Danke, dass du da warst. Und bis morgen. Kevin wünscht dir auch eine gute Nacht, auch wenn er das nicht sagt. Ja, nach Nacht. Au. Ist ein bisschen freundlicher hier, hallo? So. Guck mal, da leuchtet eine Kerze. Auf der anderen Seite fehlt die Kerze. Was? Du trägst da wie Kerze. Was? Du trägst da wie Kerze. So. Oh. Händefosse. Gartext mit mir. Alter. Ich komm zu nix, weil ich grad durchdürfe komplett getötet werde. Was? Was war's mit meinen 120.000 Runden, die da liegen? Eieieiei. Au. Oder. Ja, mein Nights auch. Warum ist hier kein Steak? Ist das echt ne gute Frage. Ja, okay. Der ist schon relativ nah, aber ist trotzdem so ein bisschen so. Immer jedes Mal hoch und jedes Mal da. Eigentlich tut man so Steaks ja auch nach Kollegen gerufen. Ah, dafür ist das hier. Projekt hier. Ach, hier vorne ist es. Ja, weil wir online gehen und andere hier um Hilfe bitten. Wir spielen doch schon online. Nein, spielen wir nicht. Ja doch. Nein. Wir verbinden uns über die Steam-Server. Ja, wir spielen nicht über die offiziellen Server. Also wir spielen nicht online. Ja. Kassen. Ist ein Unterschied, Kevin. Wir spielen aber auch nicht lokal. Hab ich auch nie gesagt. Geh weg von mir, Kevin. Kann nicht. Ja, du zauberst auch sofort erstmal. Geh doch erstmal. Ich hab erstmal nur geklingelt. Ich hab keinen einzigen Zauber gewöh- Wie ist er gestorben? Ich weiß es nicht. Was ist so ein geiles passiert? Sein Leben war auf einmal komplett weg. Oh, haben meine... Ne, die Mausoleumritter machen keine Todespest, oder? Hat auch keine Todespest. Was zum? Was zum? Was zum? Was? Bam. Easy. So. What? Natsu geht ab... Weil Natsu AFK gegangen ist. Hey. Was zum Geier. Sacrifice kill. Was zum? Weg. Zweite Phase? Nö, gibts nicht. Weg damit. Brauchen wir nicht. Was zum Geier. Oh fuck. Ja, viel Spaß dazu beim AFK sein. Bring mir was mit. Das war jetzt nicht. Ja? Das war jetzt nicht. Ja, ja. Weiß man überhaupt noch zum Hardik-Bomb so kommt. Und auf dem anderen Wege. Ja, wir haben doch schon den... Wir haben doch... Nein, das ist auf dem anderen Charakter. So. Ja. Ja, aber ich könnte mal kurz gucken da... Äh... Wie kam er da nochmal hin? Äh... Keystone 4 hat immer Morgoth und Keystone 5 hat immer Marley Cat. Keystone 3, 2 und 1 haben unterschiedliche, ne? Äh... Interessant. Abundant und Cave. Äh... Muss ich erstmal gucken. Abundant... Guck mal dat. A-Aba, nicht Abo. Aba... Oh lol da ist einer, okay ich weiß wo ein Teleporter ist Ich glaube wovor der Goldskarabiers drin war Ach se, da ist ein Teleporter zum Harlegbaum Oh 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 Wippe nach Zuhuhuhuhu Jetzt kannst du deinen Buff anmachen und dir kann das scheißegal sein hier drin Ja, wenn ich den hätte Stimmt, ich kann den ja dabei haben zum Dafür könnte ich den nutzen, ja, stimmt Genau, dann hat sie auch zum Harlet-Baum Und das war's auch mit der Folge, danke, dass ihr da wart Ich hoffe, man sieht sich in der nächsten Folge wieder Falls euch der Part gefallen hat, lass doch ein Like da Bis dahin, Kiri U